Mahlzeit. Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann vermutlich, weil du entweder Harley-Davidson Motorrad fahren oder fette Karren genauso magst wie ich. Eventuell denkst du dir jetzt, dieser Kelle kommt mir irgendwie ziemlich bekannt vor. Das könnte daran liegen, dass du mich entweder schon mal auf dem YouTube-Kanal von Harley-Davidson Bielefeld gesehen hast. Mahlzeit Freunde, herzlich willkommen auf dem Harley-Davidson YouTube-Kanal. Was ich vergessen hatte, das Ding hat nicht nur Wave-Bremsscheiben, sondern auch eine Brembo-Bremsanlage. Oder du bist schon mal vorher über eins meiner Kurzvideos auf Instagram und TikTok gestoßen. Dort habe ich mir nämlich über die letzten Jahre eine einigermaßen gute Reichweite mit ungefähr 280.000 Followern aufgebaut. Dadurch, dass ich dort den Fokus auf Kurzvideos lege und das Ganze international, sprich englischsprachig betreibe, hat mir immer ein bisschen was gefehlt. Seit einiger Zeit habe ich den Gedanken, dass ein deutschsprachiger YouTube-Kanal genau das, was mir noch fehlt, ausgleichen könnte. Ich möchte euch hier einfach mal mitnehmen und geile Videos zu meinen Interessen machen. Sprich Harley-Davidson, Custom-Bikes, Umbauten, Test-Rides mit Autos und Motorrädern und einfach ein bisschen was aus dem Leben als Influencer zeigen. Weil ich glaube, viele von euch haben eventuell eine falsche Vorstellung davon. Und wer mich vielleicht nur durch den Short-Form-Content auf Instagram und TikTok kennt, weiß vielleicht gar nicht so wirklich, wie ich als Person ticke. Und ich glaube, das kann man ganz gut mit diesen YouTube-Videos ändern. Ich denke, wir haben jetzt genug rumgelabert. Ich würde sagen, wir setzen uns aufs Motorrad, fahren mal eine kleine Runde mit meiner Harley-Davidson Lowrider S hier durch Bielefeld. Und den Rest bequatschen wir unterwegs. Ich wünsche euch viel Spaß. Da sind wir auch schon bei Part 2 des Videos. Jetzt mit Helm auf am Motorrad. Das ist meine Harley-Davidson Lowrider S mit dem 117er Motor aus 2023. Ein paar Umbauten hat das Schätzchen auch schon bekommen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Was haben wir hier dran? Jaclyn Hyde, Komplettanlage, kurze Krümmer. Dann haben wir ein paar schwarze Schrauben, Blinker, Kennzeichenhalter und ein paar Cover von Iron Optics. Ja, Griffe, Hebel, solche Geschichten. Komplettes Fahrwerk von Wilbers ist drin. Das heißt Niveau Mart hinten und vorne progressive Gabelfedern. Das ist schon richtig geil auf jeden Fall. Ist noch nicht abgeschlossen, das ganze Projekt. Wird noch weiter umgebaut. Aber ich würde sagen, wir machen mal ein explizites Video über mein Bike in Kürze, wo ich euch das Ganze vorstelle. Und dann auch nochmal darüber spreche, was ich hier noch vorhabe. Wir quatschen nicht lange rum. Wir machen das Schätzchen an und springen drauf und fahren einfach mal eine Runde. Das Wichtigste natürlich zuerst, vor dem Starten, immer die Anlage öffnen. Sound mit Jaclyn Hyde wird halt nie langweilig. Hört sich einfach immer geil an. Wenn man aber doch mal das Motorrad leise haben muss, aufgrund von Nachbarn oder so, dann macht man die Klappe zu und fertig. Aber wir fahren jetzt erstmal los. So, willkommen auf den Streets. Boah, direkt hier im Tunnel, Alter. Also, wir sind jetzt fast aus der Stadt raus hier. Die Straßen werden jetzt auch gleich geiler und kurviger. Also, da freue ich mich schon. Ich hoffe, dass da nicht zu viel Verkehr jetzt auf dem Freitagnachmittag ist, damit wir auch das Wilbers-Fahrwerk mal ein bisschen testen können. Da gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Ich würde sagen, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was zu mir. Man sieht ja immer nur so ein paar Sachen. Man kennt mich von meinem Instagram-Content. Man kennt mich vom Harley-Davidson-Bielefeld-YouTube-Kanal. Aber das sind natürlich alles Einblicke, die immer nur so ein bisschen, ja, die eine Seite zeigen. Ich würde euch einfach mal ein bisschen was zu mir erzählen, was ich so mache, wer ich so bin. Eigentlich bin ich gelernter Kfz-Mechatroniker. Man mag es kaum glauben. Ich habe nicht immer am PC gesessen, sondern ich weiß auch, wie rum an eine Schraube dreht. Das Ganze habe ich allerdings nach der Ausbildung am Nagel gehangen, weil mir einfach während der Ausbildungszeit bewusst geworden ist, dass das nicht meine hundertprozentige Leidenschaft ist. Und mein Leben lang, sage ich mal, 40 Stunden die Woche etwas zu machen, was mich nicht erfüllt, habe ich jetzt nicht so Bock gehabt. Übrigens, das hier jetzt gleich eine meiner Lieblingsstrecken. Mal ein bisschen am Hahn ziehen hier. Der wird leider hier vor mir kein Gas geben. Deswegen, ja, wird das hier wohl nichts mit dem Wilbers-Fahrwerk testen. Aber ja, wie gesagt, ich hatte keinen Bock, 40 Stunden die Woche was zu machen, was mich nicht erfüllt und habe dann überlegt, okay, in welche Richtung kannst du gehen? Habe am Anfang der Ausbildung dann gedacht, okay, vielleicht irgendwie in Richtung Fitness, Trainer, was weiß ich, weil das ist auch so ein Hobby von mir. Aber dann während der Ausbildungszeit schon angefangen mit dieser ganzen Social-Media-Thematik. Und das hat sich dann schon recht gut entwickelt. Und habe dann am Ausbildungsende gesagt, ey, scheiß drauf, ich riskiere es. Und habe halt den vollen Fokus auf meine Social-Media-Kanäle gelenkt. Bin dann tatsächlich Teilzeit noch angefangen im Fitnessstudio zu arbeiten, einfach um natürlich auch die Sozialversicherung abzudecken. Und habe mich dann, oh, das ist hier gefährlich immer, wenn hier so Kies auf dem Boden ist. Und habe mich dann halt darauf fokussiert, meine Social-Media-Kanäle einfach aufzubauen. Ich weiß nicht, warum mir die ganzen Steine auf dem Boden sind. Das wundert mich ein bisschen. Habe ich hier noch nie erlebt. Auf jeden Fall lief das dann auch ganz gut. Bin dann vor zwei Jahren nach Bielefeld gezogen. Hatte da auch schon ein bisschen die Connection hier zum Händler, zu Halle Bielefeld. Und habe dann halt kooperativ über Social-Media mit dem Händler weiter zusammengearbeitet. Und das Ganze hat sich jetzt dann so weit intensiviert, dass ich vor mittlerweile anderthalb Jahren, das ist ja aber auch echt eine geile Straße, finde ich. Also wer aus der Umgebung Bielefeld kommt, das ist die, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Auf jeden Fall Peter auf dem Berge. Wenn man von Steinhagen Richtung Bielefeld Universität fährt, so grob gesagt, würde gerne mal fahren. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor über anderthalb Jahren schon angefangen, ja, moin, bei Harley Bielefeld zu arbeiten. Ich bin dort eingestellt als Social-Media-Marketing-Manager. Bin verantwortlich hauptsächlich für den Store in Bielefeld und auch ein bisschen für den Store in Osnabrück unterstützend. Wir sind ja eine Händlergruppe, sprich Bielefeld, Köln, Bonn, Düsseldorf und Osnabrück. Ja, und das ist eigentlich so, was ich mache. Und ich glaube, ich kann euch einfach nochmal einen besseren und tieferen Einblick in mein Leben geben, wenn wir halt jetzt eben wirklich mal einen eigenen YouTube-Kanal hier auf die Beine stellen. Und da kommen wir auch eigentlich schon zu dem Thema, was habe ich auf diesem Kanal hier überhaupt vor? Wird sich eigentlich so in drei, vier verschiedene Bereiche kategorisieren. Wir probieren einfach mal aus und ich werde ja dann sehen, worauf ihr halt auch Bock habt. Ich werde euch auf jeden Fall einfach mal mitnehmen durch mein Leben. Sprich, ich zeige euch ein bisschen den Alltag als Influencer und auch den Job bei Harley. Weil ich glaube, viele können sich das alles immer gar nicht so vorstellen und haben vielleicht auch ein falsches Bild von dieser ganzen Influencer-Thematik. Vor allem, wenn es dann wirklich in eine gewerbliche Richtung geht. Dass das halt nicht immer nur, ich mache drei Fotos, lade das hoch und verdiene das mit 10.000 Euro ist. Sondern, dass da eine Menge dahinter steckt, wenn man das Ganze qualitativ und vernünftig machen möchte. Genauso auch den Job bei Harley. Wir sind eine lustige Truppe. Ich habe natürlich geilen Zugriff auf jede Menge Bikes. Da sind wir auch schon, sage ich mal, beim zweiten Standbein für den Kanal. Und zwar wäre das Bike-Reviews und Fahrberichte. Wir können alles an Harleys, was es so gibt, die neuen Modelle und sonst was, können wir alles Probe fahren. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, yo, fahr mal eine Fatboy, mach mal einen Fahrbericht oder so, ist alles gar kein Problem. Kann ich euch alles zeigen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Harley-Davidson, fragt mich. Ich denke, ich kann euch da irgendwie fast alles eine Antwort besorgen. Wenn nicht aus meinem Wissensschatz, dann von irgendwelchen Kollegen von mir. Und ja, hauptsächlich, denke ich, werden wir uns natürlich dann auf die Custom-Bike-Umbauten von uns konzentrieren. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Werden die vorstellen, so wie ich es auch auf dem Harley-Bielefeld-YouTube-Kanal mache. Und werden die Dinger auch mal auf der Straße bewegen. Das Ganze, denke ich, wird äußerst interessant sein. Und wir werden das Ganze auch von Autos machen, habe ich mir überlegt. Ich mag auch Autos. Man mag es kaum glauben. Nicht so sehr wie Bikes, aber ja, da werden wir auch hin und wieder mal vielleicht eine geile Karre fahren. Einfach mal einen Fahrbericht machen. Ich nehme euch einfach mit, ganz locker, ganz easy. Und worauf ich auch richtig Bock hätte, da muss man natürlich schauen, wie man es umsetzt. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Ich fange jetzt mal über die Autobahn zurück, weil sonst wird es eine Riesenrunde. Was wollte ich denn sagen, Alter? Ich glaube, ich muss mal kurz die Festplatte neu starten hier. Ach so, genau. Worauf ich auch Bock hätte, was aber planungstechnisch und umsetzungstechnisch natürlich ein bisschen mehr Aufwand ist, ist Videos von verschiedenen Biketrips. Das heißt, wir, entweder ich alleine oder vielleicht auch mit einem Kumpel oder so, machen einfach mal ein paar längere Ausfahrten. Boah, die Jack hört sich so geil an beim Beschleunigen einfach, ne? Brutal. Machen einfach mal ein paar längere Ausfahrten. Was mir so im Kopf schwebt, das ist schon wieder größenwahnsinnig eigentlich, aber ich finde es geil. Ich habe mal nur so eine Idee gehabt. Und man fährt einfach vom nördlichsten Punkt Deutschlands, das müsste auch Sylt sein, zum südlichsten Punkt Deutschlands. Das müsste in, keine Ahnung, Oberstdorf oder irgendwie sowas sein. Nur Landstraßen, keine Autobahnen. Das heißt wirklich durch die ganzen Dörfer durch, durch die ganzen Landstraßen. Dass man einfach mal sieht, mit der Harley durch ganz Deutschland, was hat Deutschland zu bieten für Motorradfahrer. Was gibt es für geile Strecken, was erlebt man so, ne? Auch gar nicht groß planen, gar nicht planen, welche Stops machen wir, sondern einfach nach Sylt und dann sagen, okay, ich fahre jetzt los, wenn ich jetzt heute nur 100 Kilometer fahre, dann fahre ich halt nur 100, wenn dann irgendwo eine geile Location ist, wo man pennen kann. Und wenn ich 300 fahre, fahre ich 300. Ich denke mal, wie weit wird das sein? 1500 Kilometer oder so? Keine Ahnung. Und sowas dann mal umsetzen. Also ich habe da schon Bock auch auf geile Sachen. Wie gesagt, lasst es mich wissen, wenn ihr da andere Ideen habt. Kommt mir nicht mit irgendwie Nordkap oder so, da frisch mir den Arsch ab. Da habe ich auch tatsächlich keine Zeit für. Dafür bin ich dann doch zu eingespannt. Ich würde sagen, ich fahre aber erstmal die Autobahn jetzt hier weiter. Ich wollte ja eigentlich nur langweilen, um zu testen, ob mein Kamerasetup hält. Aber das scheint gut zu funktionieren. Und dann hören wir uns gleich nochmal in der Stadt und gucken mal, was wir so erleben. Wo wir jetzt hier schon mal in so eine langgezogene Kurve kommen, fällt mir gerade ein Thema. Wilbersfahrwerk wollte ich ja noch was zu sagen. Das Wilbersfahrwerk habe ich jetzt so circa vor, ja, ich glaube 1000 Kilometern oder so vielleicht reingekriegt. Also ich bin schon eine ganze Weile damit jetzt gefahren. Und man sieht vielleicht jetzt hier auch gerade, das Ding fährt sich echt super. Also gerade bei einer, ja, doch stärkeren Kurvenlage kann man das echt geil dosieren. Also ihr kennt es vielleicht von den Serien-Harley-Fahrwerken. Die sind halt einfach hart abgestimmt. Das heißt, beim Bremsen hast du so ein bisschen diese, ja, Stotterwirkung, sage ich mal. Weil die Gabel vorne nicht so smooth ist. Dadurch, dass es jetzt progressiv ist, federt der nicht mehr so weit ein. Du hast aber im normalen Fahren mit dem Nivomat, hast du einfach mehr Komfort. Aber, ja, wenn du dann halt mehr Federrate oder Dämpfungsrate brauchst, dann ist sie halt da. Und das ist schon wirklich, wirklich geil. Also hätte ich vorher nicht gedacht, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wenn ihr Bock habt, ich könnte mal ein ausführliches Video über dein Nivomat oder das ganze Wildwas-Kit halt machen. So, wir sind wieder in Bielefeld. Mir ist noch ein anderes Thema eingefallen, passend zu dem, was ihr jetzt hier gleich hören werdet. Und zwar passend zum Thema Auspuffanlage. Jackalentheit, Klappenabgasanlage. Das ist ja echt so ein umstrittenes Thema mittlerweile. Also je nachdem, mit wem du sprichst. Die einen sagen, ja, das ist alles nur Lärm. Die anderen sagen, ja, gut, dass es das gibt. Sonst hört sich das Ganze ja gar nicht mehr nach Harley an mit den neuen Motoren. Und das ist echt krass. Also gerade auch bei uns, bei Harley Bielefeld, beim Content. Auf Instagram, du hörst nur Positives, wenn wir irgendwie Soundcheck-Videos machen. Auf Facebook, die, ich sag mal, etwas ältere Generation vielleicht, die auch nicht so viel mit Harley zu tun hat oder so. Die sagen alle, es ist nur Lärm. Dann kommen die GS-Fahrer, die sagen dann, wegen euch werden die ganzen Strecken gesperrt. Das finde ich ist Quatsch, weil Harley-Fahrer sind nicht die, die auf der Landstraße ballern wie die Geisteskranken. Und die Straßen immer wieder hoch und runter fahren. Sondern das sind halt eher andere Kollegen. Aber ja, was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Sagt ihr laute Harleys mit Klappenabgasanlagen? Also ist ja alles, sag ich mal, legal, so wie ich es jetzt hier fahre. Aber natürlich trotzdem sehr laut. Sagt ihr, das ist cool oder sagt ihr, das ist nicht cool? Also meine persönliche Meinung dazu ist, ich bin einfach ein Klang-Fetischist. Ich mag dieses rohe Geräusch vom Motor und so. Aber ich finde, es ist halt natürlich was, was einfach auch Hirn voraussetzt. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf einem Freitagmittag um 15.30 Uhr hier am helllichten Tag rumfahre und man ein bisschen Auspuffgeräusch hört, dann stört das keinen. Dann ist das kein Problem. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt mitten in der Nacht um 2 Uhr durch eine 30er-Zone mit aufgerissenem Hahn und 50 kmh in einer offenen Abgasanlage durchballert und seine halbe Nachbarschaft aufweckt. Das ist dann wiederum vielleicht nicht so cool. Aber gut, das ist ja bei vielen Dingen so. Wenn ich jetzt einen serienmäßigen AMG oder so mit Klappenabgasanlage fahre, ist es genau das gleiche Thema. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema in die Kommentare, weil da gehen die Meinungen aktuell ja echt krass auseinander. Das hier ist jetzt so der zentralste Punkt schon fast. Bielefeld, Neustadt, Jahnplatz. Jeder, der hier war oder aus der Gegend kommt, wird es kennen. Das ist auch für mich so ein Ding. Also ich bin ja echt super viel vor der Kamera und bin es echt gewöhnt, vor der Camp zu labern oder vor der Camp zu stehen. Aber das jetzt hier so im Helm und hinter der Kamera ist schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber ist komisch, weil normalerweise, wenn ich Motorrad fahre, ich habe keinen Sena, kein gar nichts. Ich habe meine Ruhe, ich fahre einfach, ich genieße das. Ich habe noch nie beim Motorradfahren geredet. Sage ich euch ganz ehrlich, ist das erste Mal. Das ist schon ein bisschen weird. Aber gut, was soll es sein, ne? Also heute ist auf jeden Fall mal perfektes Motorradwetter. Also dieses Jahr in Deutschland komme ich mir echt vor, als würden wir in Thailand leben. Also entweder wir haben gefühlt übelste Hitze und übelst schwül, also nur dieses Extreme, oder es kommt direkt so ein Tropenplatzregen. Aber sowas Mittelmäßiges haben wir kaum. Also heute ist echt so ein Tag, wo ich sage, es ist einer der besten Tage dieses Sommers bisher. Damit ist unsere Runde auch schon so gut wie abgeschlossen. Wir sind wieder da. Hier sind wir nämlich am Lenkwerk. Da ist auch unser Harley-Store. So gesehen mein zweites Zuhause. Wir fahren mal hier rein. Und damit würde ich sagen, beende ich auch das Video. Und ja, ihr könnt mir gerne mal einen Daumen nach oben dalassen. Wir sind ja jetzt recht neu hier auf YouTube. Wir müssen da erstmal uns dem Algorithmus etwas anpassen. Und das war es mit dem Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Ich verabschiede mich. Kommt gerne mal bei uns im Shop vorbei. Sagt persönlich Hallo und wir sehen uns in Zukunft.